Hi Jungs Okay, ich bin froh, ob es mein Ansatz haben Was bringt mir der Raum hier jetzt Ich sehe hier keine Knöpfe Verstickelt Ich sehe auch hier nichts, was ich drücken könnte Das wird kaum nur wegen den Erfahrungspunkten gewesen sein Nebenbei Erfahrungspunkte Im Augenblick kriegst du das Pendant Dann kriegst du das jetzt mal Was bringt das nochmal Oh Das könnte ich eigentlich einmal verwenden Oder einfach mal was essen Ich kapiere aber jetzt gerade nicht ganz Was dieser Raum ist Ich meine gut da hinten ist irgendwo ein Knopf Okay, was für eine Sequenz haben wir denn noch Jetzt wo ich mal Ruhe habe 513 513 5 ist Hier 5 5 5 Okay Das war jetzt gerade 5 5 1 4 Und dann 3 Komme ich wieder nicht ran Dafür komme ich hier jetzt dran Das lasse ich mir gefallen 2 Punkte in Erdmagie Apprentice Wound Ein Bladed Gear Das ist was für dich Das Heavy Shit brauchen wir nicht So ein Poison Ding mal wieder eins Ein Bladed Gear Und der Rest ist unnötig Ein Slime Ball für dich Oh Vielleicht kann ich das Bladed Gear irgendwo da einsetzen Oder ich muss es transportieren Ich habe doch hier Wo ist er denn Enchant Dark Arrow Nein Neck for minutes Oder war der hier drunter Poison Bolt Blades Transpiration Ich habe gerade das Blade in ein Schrapnel verwandelt Was Äh Ich gehe mal kurz Mich am Stein auffüllen Okay Was auch immer Das war der erste Schlüssel Da passt kein Breast Key Ich bin hier aber noch lange nicht fertig Da muss ich noch rein Da war ich schon drin Da war ich schon drin Äh Habe ich ihn jetzt gerade verkehrt rum Transport War Bolt Warp Blade improve Howard Oui racy speed dexterity und was für leise hat man also nicht so wirklich toll ich vergesse es immer also doch so dafür brauche ich mehr auf magic dafür brauche ich erst recht mehr auf magic ok gut da versuchen wir jetzt noch mal die sequenz die letzte 513 5 ist da drüben und ich bin sowieso blöd das hier ist nordosten 1 fällt mir jetzt gerade so ein 2 nein nicht 2 6 es ist nämlich im uhrzeigersinn und im nordwesten also ist hier 1 hier ist 6 5 4 4 3 2 und da ist hier wieder 1 gut also den schlüssel habe ich schon mal irgendwie gekriegt ich versuche jetzt noch mal die letzte sequenz die dreistufige mal gucken wo mich das rausbringt 5 5 1 und 3 ist da neben der tür und das öffnet die fallgrube 5 3 und 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 das ist erst mal gut Hier bin ich gerade runtergefallen. Jetzt lasse mich das mal in Ruhe abgucken. Ein Contruer Set. Protection, Energy, Willpower. Hast du schon einen? Kriegst du jetzt auch mal einen? Necrochemical Lab Key. Ein Cool Stone. Okay. Noch einer von denen. Jetzt haben wir langsam ein paar viele. The Pussing Spare Lightning Blast. Okay. Achso, wer kennt den Zauber bereits? Schlüssel und was zu essen. Ja, so wird der langsam überladen. Okay, wir haben den Lab Key für hier. Und der Weg dahin ist hier. Und ja, ich lasse mich jetzt gerade schön ablenken. Hier war noch ein Secret. Okay. Kann das sein, dass das der Knopf da war? Das will ich jetzt rausfinden. Das will ich jetzt rausfinden. Hier ist noch alles okay, so wie es sein sollte. Will ich hier hoch? Ja, ich will hier hoch. Für das hier müsste das, naja, genau das Lab sein. Was zur Hölle geht mit dir ab? Au! Au! Ja, ich verstehe schon. Du bist immun gegen... Magie. Oh! Okay. Da habe ich eigentlich gar keine andere Wahl. Was ist das schwerste Essen, was ich zur Zeit mit mir rumschleppe? Die nicht, das nicht. Da muss die Frontreihe mal ein bisschen Schaden austeilen. Dann... Und da ist ganz GAS. Und da ist es spannend. Das macht einen Daumenskampeln. Und da ist eure Lämmen. Ahn... Hier kommt auch ein Daumenann. that even wenn ich meine bunkern kann. ... Und dann ist das ja nie vaultsignal. Das ist das sehr schön big.